Musik Ich möchte eigentlich jeder, jeder Kandidatin sagen. Ihr wart alle der Hammer. Du hast mein Herz berührt, du hast mich überwältigt, du hast mich überrascht, du hast mich bewegt. Wir hätten wirklich so viele von euch wählen können und deswegen seid bitte nicht traurig, das heißt nicht, dass ihr nicht fantastisch seid. Macht weiter so, ihr seid klasse, es ist uns so schwer gefallen eine Auswahl zu treffen, weil ihr alle ganz, ganz tolle Videos hier gezeigt habt. Und am liebsten würde ich 30, 40, 50 von den jungen Damen mitnehmen und sagen, das ist auch dein Abend. Auch gerade die, die gesungen haben, bitte bewerbt euch woanders, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man seine Träume verwirklichen kann. Ihr wart wirklich alle zuckersüß und wir hatten es wirklich schwer, uns für eine zu entscheiden. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr euch wieder bewerbt. Und vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr.